Hallo und herzlich Willkommen auf meiner Seite. Ich bin der virtuelle Coach, Shelia Stevens-Würsig, und ich helfe Coaches, Trainer und Beratern unter anderem damit, ihr Business auf die nächste Stufe zu bringen. In diesem Video gebe ich Ihnen eine Vorschau auf mein neues Programm, nämlich der VIP Playbook. Auf dem deutschsprachigen Markt ist es üblich, dass vor allem Coaches und Berater ihre Zeit verkaufen stundenweise. Auf dem englischsprachigen Bereich oder in dem englischsprachigen Raum in Amerika, in Australien, in Großbritannien ist das durchaus anders. Dort wird mehr Wert darauf gelegt, sogenannte Coaching-Pakete oder Beratungspakete zu verkaufen. Und dafür gibt es eine zahlreiche Auswahl an verschiedenen Bekannten und Gelehrten Modelle. Und eine von diesen Modellen ist der VIP-Tag. Jedenfalls heißt es so in dem Privatsaaler-Bereich. Das ist ein Tag, an dem Sie mit Ihrem Klienten verbringen und eine gewisse Transformation, also von Punkt A in Richtung Punkt B erreichen. Und das sehr intensiv. Und meistens gibt es eine vorgelagerte Call, also zum Beispiel via Skype oder im Face-to-Face und ein nachgelagerter Call. Auf dem Business-Bereich heißt dieses Konzept ein intensiver Tag. Sie können sich vorstellen, warum das vielleicht besser ankommt auf dem Business-Bereich. So, ich werde in meinem neuen Programm dieses Modell VIP-Tage oder Intensivtage modellieren. Also sozusagen Vorleben für Sie. Und zwar, indem ich einige VIP-Tage halte für Einzelpersonen bis zu maximal zehn. Ich würde ganz gerne noch mehr Leute ins Programm mit aufnehmen, aber meine Zeit ist begrenzt. Denn ich bin nämlich auch der Head Coach bei Jigsawbox.com, eine Plattform für Online-Coaching. Wir lehren bereits schon seit über einem halben Jahr dieses Konzept für den englischsprachigen Markt. Mit sehr großem Erfolg und es kommt dort sehr gut an. Und ich habe im Oktober dieses Konzept auf dem deutschsprachigen Markt selbst getestet und habe sehr gute Ergebnisse bekommen und sehr, sehr gutes Feedback von den Teilnehmern bekommen. Sowohl zu den Strategiesitzungen, die in dem vorgelagerten Bereich gehören, als auch zu den VIP-Tagen selber. Das heißt, ich weiß auch, dass dieses Konzept nicht nur auf dem englischsprachigen Markt funktioniert, sondern auch im deutschsprachigen. Und ich werde an diesem VIP-Tag dieses Konzept lehren und Ihnen unter anderem den Teilnehmern beibringen, warum das Konzept gut ist und zwar finanziell Sinn macht für mehr Volumen, warum das einen Beziehungsboost gibt für die Zusammenarbeit mit Klienten und was es bedeutet, wenn man sich wie ein VIP-Klient fühlt und was es bedeutet für Sie als Coach, wenn Sie mehr qualitative Zeit mit Ihrem Klienten verbringen können. Ich werde mit Ihnen teilen, was das für Ihr Selbstbewusstsein, wenn Sie so ein Angebot in Ihrem Paket haben und was das für Ihr Geldbeutel bedeutet, wenn Sie so ein VIP-Konzept mit anbieten können. Und wir werden über viele andere positive Vorteile von den VIP-Tagen oder von den Intensivtagen sprechen und ich werde Ihnen lehren, wie Sie diese verkauft bekommen. Es gibt nämlich eine sogenannte Blaupause, eine Schritt-für-Schritt-Erarbeitung, die wir an dem VIP-Tag machen können, damit Sie sehen können, wie diese Formel funktioniert. Und Sie müssen dadurch nicht selber das Konzept schnüren, Fehler machen, Geld verschwenden für Marketing, für ein Konzept, das nicht funktioniert. Im Gegenteil, also Sie lernen von das Konzept, was im Englischsprachigen Raum wirklich gut funktioniert, was ich selber genutzt habe und Sie profitieren auch von meinen Erfahrungen. Darum heißt es ein Business Accelerator Day und das ist übersetzt Business Beschleunigung, weil Sie eben einen Shortcut bekommen, eine Abkürzung zu einem erfolgreichen Modell, was Sie einfach von mir bekommen auf dem Weg. Ich freue mich sehr, diese Tage anbieten zu können und die Einladungen, die diese Woche rausgehen an einige preselected Teilnehmer, die werden eingeladen zu sogenannten Strategiesitzungen, wo wir Ihr Business anschauen und im Nachhinein gucken, ob Sie für einen solchen VIP-Tag mit mir in Frage kommen für diesen VIP-Playbook. Und wenn Sie über diesen Weg per Suchmaschine gekommen sind und keine Einladung haben, sehen Sie unten da drunten, dass es eine E-Mail gibt, was Sie an mein Team schreiben können, um sich anzumelden für eine Strategiesitzung. Und ich freue mich sehr über die zahlreichen Anmeldungen. Wenn Sie eine Einladung bekommen haben, machen Sie schnell, dass Sie sich anmelden, weil ich rechne damit, dass die zehn Plätze sehr schnell weg sind und ich möchte wirklich mit denjenigen sprechen, die sich sehr interessieren für das Konzept. So, das war's. Ein Vorschau auf mein neues Programm, der VIP-Playbook. Ich hoffe, das hat Sie neugierig gemacht und ich freue mich, mit Ihnen in Strategiegesprächen zu reden. Das war's und ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss!